hallo ich bin martin von meinem anki ist dass die dax analyse für nun ist seit den 13.02.2024 und unser dax hat zum rosenmontag offenbar ein bisschen zu feste gefeiert ist ja recht schnell müde geworden auch wenn er sich oben rausgestellt hat und per tageschluss ist sogar man muss es ja so sagen den zweithöchsten tageschluss aller zeiten gestellt hat ja es gab nur einen einzigen tageschluss der waren bei 17 40 also knapp 29 punkte drüber ist damit ja auf auf dem podestplatz mit der einer der höchsten tagesschluss über gehabt und demzufolge sollte man auch weiterhin oben noch potenzial offen halten ja also wenn unser dax derartige rekorde stellt oder zumindestens da knapp dran rum schaut ist das auf jeden fall erstmal ein indiz dass wir noch immer in der aufwärtsbewegung arbeiten es ist immer noch ein indiz dafür dass wir keine aktiven verkaufssignale generieren ja und somit hat er solange er eben nicht anfängt nach unten endlich mal irgendwo was zu bedienen was ihnen weiter nach unten führen kann immer noch den vorteil auf der oberseite erzählen wir schon seit ein paar tagen und wochen und ist auch noch immer hier aus der flagge das haben wir ja nur alle mitbekommen oder aus der verkeilung oder was auch immer wie wie auch immer man es auslegen möchte ich würde es als flagge durch das gelten lassen bin aber auch nicht böse wenn jemand sagt eine verkeilung das trifft es auch vollkommen weil ja die untere linie hier aufweitet also ein weiten der keil ändert aber in der wirkweise nichts ist ein in jeglicher hinsicht egal wie man es definiert ein trendfortsetzungsmuster ein bullish ist was über die obere kante begrenzt wird und deswegen ist es auch völlig egal wie wir es definieren weil wichtig ist ja solange der markt sich oberhalb von dieser kante nach oben abstößt und weiter bewegt ist er rein formal in der trendfortsetzung ja auch wenn das hier deutlich zum erliegen kommt und fast schon nach einer kleinen bärischen verkeilung untergeordnet aussieht hat er dennoch vorteil erst mal oben noch ein paar punkte zu lösen das heißt sollte es uns im lachs gelingen zum dienstag anschluss zu finden sich über 1735 zu drücken das hat man eigentlich gestern schon ähnlich gesagt hat er weiterhin die option hier 1785 1721 zu abzuarbeiten ich würde mir vielleicht mal noch eine kleine einen kleinen strahl mit reinnehmen hier löschen wir gleich wieder raus wir gucken bloß mal an wo er liegt wir hätten den strahl ja 1785 das passt ja ganz gut 1785 1720 das sind die nächsten größeren stationen auf der oberseite wenn es gelingt hier die 1735 rauszunehmen lasst euch nicht kirche machen wenn er so ruhig ist wenn der so entspannt ist ist das erstmal kein argument was dagegen spricht ja viele sagen dann immer ja da steigt er gar nicht mehr ist er schwach wäre er schwach wird er fallen und würde tiefere tiefste ausbilden lange rote kerzen kaum grüne kerzen dazwischen das ist schwäche im markt man kann sich darüber streiten ob das jetzt hier definitiv stark ist aber es ist eben keine schwäche ja er läuft einfach hier noch zur seite wartet quasi auf neue gelder die reinkommen können und das ist zu der jahreszeit auch vollkommen legitim ist es erlaubt es kann also machen und da solange der hier nicht anfängt hier vor tiefs rauszuklackern oder brachial dynamisch rote kerzen zu spucken ist das erstmal noch keine schwäche da muss man ein bisschen vorsichtig sein neigen immer viele dazu zu sagen naja er kommt ja nicht raus er muss auch mal wieder 1000 punkte fallen haben wir gestern auch in den kommentaren gelesen das muss nicht zwingend zu sein kann auch noch zwei monate warten und dann 1000 punkte fallen vorher noch mal 500 da oben laufen oder vorher noch mal 1200 da oben laufen um dann 1000 punkte zu fallen auch sowas hat es in der geschichte schon oft genug gegeben ja und sogar viel öfter als was andersrum passiert und von daher bleiben wir erstmal bei der einschätzung wir sind noch immer korrektiv seitwärts das passt auch super zu dem was man eigentlich in den webinaren seit jahres anfang auch unseren leuten bei uns auf der website immer wieder mitgeben womit sie sich warten müssen wie sie sich darauf vorbereiten sollen und so weiter und so fort bis jetzt nach wie vor unveränderte unverändertes bewegungsblitz muss man einfach so sagen ja und jetzt wird aber interessant wir haben zum freitag klein verfallen im februar jetzt hier vor uns na und so jetzt kommen wir langsam dienstags mittwoch donnerstag also so langsam wird das dann auch interessant ich kann mir nicht vorstellen dass es hier um die 17.000 geht die verfalls niveau relevant wird den wird man bestimmt noch mal punktuell jetzt die nächsten tage etwas versetzen deswegen bleibt da aufmerksam das kann durchaus sein dass das früh oder 14 30 dann einfach mal so eine schnelle schnelle bewegung gibt für eine stunde wenn überhaupt vielleicht sogar plus für eine halbe stunde dann ist der rest des tages wieder seitwärts na aber auf sowas sollte man sich in so einem bewegungsschattung definitiv einstellen das gehört dazu haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen bis jetzt ist es sehr ich sag mal zahm ja ist hier sehr tut hier nicht vielen weh sag mal so das wird aber nicht so lange so bleiben ja da braucht sich gar keine hoffnung machen das bleibt nicht so lange so der wird die nächsten tage definitiv uns noch mal ein bisschen durch die gegend springen und sich auch etwas versetzen ich gehe weiter davon aus dass es bloß eine punktuelle bewegung sein wird und er dann nach in die nächste seitwärtsphase sich reinflüchtet aber wir behalten deswegen hier die marken im blick das war jetzt haben wir schon drüber gesprochen ja oben 17 35 um das obere aufzumachen unten haben glaube ich jetzt noch nicht drüber gesprochen wäre mir jetzt eine 16 69 recht wichtig ist jetzt natürlich eine signalmarke muss ein bisschen vorsichtig sein signalmarken die letzten tage waren immer die dinger wo er einmal kurz runtergestochen hat und dann doch wieder nach oben zu ziehen aber rein formal betrachtet müsste man unter 960 sagen wenn er unter 960 jetzt gibt dann nimmt er der aufwärtsbewegung erstmal wieder dass die fahrt raus also die aufwärtsbewegung insbesondere seite freitagnachmittag über den montag auch ausgestreckt würde er 960 unterbieten würde er die letztendlich erwirken und könnte sich da noch mal platz aufmachen richtung auch hier so 928 60 bis sogar 800 runter ja wenn die 960 fällt aber man guckt da ein bisschen genauer hin wenn er bloß kurz drunter sticht und dann kommt er wieder nach oben dann wird das gleich passieren was die letzten tage passiert ist und man zieht ihn am ende hoch so hat er sich aber von vornherein über 17 35 drückt spricht überhaupt nichts dagegen auch meine 17 85 bis vielleicht sogar 17 21 schon anzulaufen ja da müsst ihr jeden tag mit rechnen letztendlich das bleibt nicht aus da auch wenn man den genauen tag so nicht prognostizieren kann aber ich vermute fast dass das richtung mittwoch donnerstag dann durchaus passieren kann ja verfallstagsbewegung er braucht auch einen impulsgeber und ein verfall ist ja ein impulsgeber wird wieder geld umgeschichtet kann sich wieder schön schieben würde daher gut reinpassen also ich mache hier zu und hoffe ihr sitzt nicht auch so nach eurem großen montagsumzug jetzt hier so da und wenn ich schlafe das schön aus morgen geht es weiter und dann haben wir uns zum dienstag wieder vierte mittwoch bis dahin tschüss und dann kann ich ber